Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Frau, deren Reise ins Unbekannte führt. Zu einer schicksalhaften Begegnung, die alles verändern wird. Ich bin im Besitz einer Karte. Es gibt eine unerforschte Insel. Einen Ort, von dem man dachte, er wäre nur ein Mythos. Felswand! Felswand voraus! Bis jetzt. Dort werde ich meinen Film drehen. Etwas beunruhigt Sie, Anne. Das Gefühl wird stärker. Es überwältigt Sie. Freien Sie, Anne! Freien Sie um Ihr Leben! Herb, hol die Kamera! Sie haben einen! Er hat sie mitgenommen, Carl. Du hast etwas gesehen. Cargo! Tag Elde Ich würde dich nicht hörsel mindern. Tag. Tag. Ah! Tag! Vergisss Tages bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020